Die Vita meines nächsten Künstlers, die ist erstaunlich. Also er hat angefangen als Tänzer, dann ging es weiter als DJ und heute produziert er seine eigenen Hits. Die Musik, wir im Team reden dann immer so, was ist das? Wann würden wir das hören? Wir haben uns geeinigt auf Summer Feeling. Made in Mannheim, hier ist DJ Spanish Fly. Er hat sich Unterstützung aus Kuba geholt, deswegen also DJ Spanish Fly featuring Los Hefes Kuba mit Bailame. Oh. Bailame. 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 Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020